So, Power Spins los, schenk uns eine Hand voll. Tobi hoch, möglich. Jawoll. Jene mehr wurde schon Action Games hier. Nicht zu knapp, nochmal drei. Oh, 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 drei. Oh, da war nichts versteckt. Na gut. Auf zur nächsten Runde. Also schon. Oh, wirklich. Oh, das war aber ein leichtes Minusgeschäft, oder? Vierer? 68, los, hoch damit. Jawoll, 100 sind's. Es bleiben 100. Ja, das war. Oho, 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 oho Zweier Ah, da ruft schon mal eine Pause Na los 52 52 54 56 66 64 Komm, wir nehmen sie und dann nehmen wir eine Pause Turbobuchen möglich Oho, hier kommt mal ein 160er Bild drin Schicki, schicki, schicki Die nach mir wäre natürlich noch besser Aber gut Herzlichen Glückwunsch Oho, gerne mehr davon So, dann drehen wir mal hier noch schnell eine Runde Gleich ist schon wieder Pause Länger walk Länger walk Noch eine Runde Gut, geht auf jeden Fall nach der Pause weiter So, dann klick uns mal die Reine 1 So, da ist unsere Pause schon dran. Na ja, gleich geht's weiter. So, da haben wir schon wieder gleich geschafft. So, das war der Rennen, die Runde. Könnte ja noch eine Verlängerung reinhauen. So, da, da, ne, auch nicht. Da aber, noch eine Runde dazu. So, ein richtig Hammerbild ist hier nicht drin. Alles kleine Kram. Und Freispiel Nr. 60. 167.40 Cent. Und...